An die Bar immer fresh, Rapper-Van, Druck im Bank, was für Tränen, halt durch Schule, Pussyboy, ist ein Sorrent, alles ist dasselbe, so wie Puck und Mocke-Blank, soll sich niemand angesprochen mögen, keine Konkurrenz ab, Kuss oder Bock, Majolus, bitte, bis ich fern, oder Oldschool-Bank, was für Frage, ob ich's werden kann, hör mal zu, lass ich überhaupt ohne B. Ich hab den Morgen verpackt, und es ist wahr, und er hat Punkt, frag, Majolus, Freak, oh shit, oh shit, ich hab den Morgen verpackt, und es ist wahr, und er hat Punkt, frag, Majolus, Freak, Hamburg! Komm mal, komm mal an! so und die wie die an die angaben musik und teuer ein wie Die lebt in die Kraft. Was wohl? gestellt werden. In den Schulen wird den Lehrern gesagt, sie sollen im Notfall Schüler anzeigen, die hier nicht im Sinne der Staatssaison sich äußern. Und in den Nachrichten überbieten sich die Parteien, wer am meisten Menschen abschieben will. Dass die AfD und die CDU als stärkste Parteien aus der EU-Wahl gehen, ist kein Wunder, denn die ganze herrschende Politik wird immer rassistischer. Doch wir, wir zeigen täglich, dass dieser Rassismus nicht unserer ist. Wir stellen uns in den Schulen gegen die Abschiebung von unseren Mitschülern, weil wir mit ihnen viel mehr gemeinsam haben, als mit ihnen Politikern wie Olaf Scholz und Co. Sie Sie